Also das ist hier das Twitch Recap von Ich leckere Keks. Anzahl der zugesehenen Stunden 2226. So viele Stunden habe ich gestreamt dieses Jahr, gefühlt. Das mit den Channel Points, das kommt nicht hin, das kann nicht stimmen. Das ist Quatsch, weil man kann sie gar nicht erst ausgeben. Ich weiß nicht, wie ganz, wie das zusammengerechnet wird. Aber. Das ist wegen Death Runs. Ja, aber so viele Death Runs haben wir nicht gemacht. Wetten und so. Es gab nicht eine einzige Wette. Okay, aber das kann, naja gut, ja doch, doch, doch. Wenn du für 300.000 eingelöst hast und dann wieder zurückbekommen hast und das beispielsweise zweimal gemacht hast, dann sind...